Hallo, ich bin die Selin. Hi, ich bin die Alide. Wir kommen beide aus München und wir sind auf die Milano-Klinik über Instagram gekommen und haben uns dort entschieden eine OP zu machen bzw. zwei. Ich habe meine Nase gemacht und ich habe BBL gemacht mit Fettabsaugung. Und das war eigentlich von Anfang an, also hin vom ersten Kontakt mit Berg über WhatsApp bis hin zur Beratung in der Klinik, zum Shuttle-Service, zum Hotel, alles wunderbar. Ja, wir sind sehr zufrieden, Transfer, die Schwestern, die Klinik, der Berg, alle sehr nett, alle super. Wir sind echt happy. Wir kommen gerade von unserer Endkontrolle mit dem Doktor. Der Doktor war komplett super von vorne bis hinten. Also er hat jede Wünsche und Vorstellungen übertroffen und wir würden jedem empfehlen, zur Milano-Klinik zu gehen und können es wirklich nur ins Herzen legen. Ja, ebenso. Ciao. Bye. Bis zum nächsten Mal.